Ein toller Mann. Er ist unheimlich beliebt bei den Frauen und wird andauernd angegraben. Das freut mich total für ihn. Na super! Kannst du mir mal bitte verraten, welchen Teil von dir Klopapier kaufen du nicht verstanden hast? Ich meine ernsthaft jetzt mal. Ich habe dich vier Tage hintereinander gefragt, ob du nicht auf dem Nachhauseweg mal Klopapier kaufen kannst. Das ist doch wirklich nicht zu viel verlangt. Was ist denn das hier schon wieder überhaupt? Ey, dass dich das nicht selber stört, das stinkt total. Ich meine, was glaubst du denn, was passiert? Dass die Sachen irgendwie Schimmelbeine kriegen und von alleine in den Wäschekorb kriechen oder wie? Sag mal, hast du auch noch irgendwelche Erde auf dem Fußballplatz gelassen? Mann, ich habe keinen Bock, hier immer hinterher zu rollen. Das ist doch kein Kind mehr. Hast du wenigstens die leeren Flaschen weggebracht? Bestimmt wieder nicht. Ja. Eins auf dir jetzt? Ja. Ja.